Ich glaube, da ist der Dorf. Da ist ein Schild, da ist ein Haus. Von welcher Richtung kommst du rein? Osten. Auf der gelben Straße? Ja, ja. Dann müsstest du ja jetzt gleich hier irgendwo vor mir auftauchen. Allerdings steht da ein Zombie auf der Straße, wenn du wirklich genau auf der Straße kommst. Boah, die Blitze. Alter, ist das hell. Da steht ein Zombie auf der Straße, ja. Den sehe ich, ja. Und ich laufe mal eben rechts an dem vorbei. Okay, und wie nehme ich das jetzt an? Ah. Krass, jetzt kann ich dich nämlich auch sehen. Wo hattest du das jetzt gefunden mit dem Invite? Du musst einfach im Endeffekt, wenn du voreinstehst, hast du ja dieses Handsymbol. Ja. Dann hältst du einfach F gedrückt. F ist ja Interagieren. Ah, okay. Dann kannst du den Puls überprüfen und kannst einen entweder einladen ins Gurt oder raushauen. Ah, faszinierend. Das ist... Was passiert bei Pulsüberprüfung? Gleich mal testen. Jetzt gibt's gleich einen Bug. Bistot. Loll. Ja, gut. Schön. Ich lege dir mal hier ein paar taktische Handschuhe hin und ein taktisches Hemd. Da kannst du auch wieder ein paar Sachen reinpacken. Das finde ich auch geil, dass du das so richtig schön da hinlegen kannst. Und ich schaue aus. Es hält mich einer irgendwie durch... Keine Ahnung. Uh. Das ist ja eine Polizeistation. Ich muss da rein, da gibt's Kanonen. Was glaubst du, warum ich da gerade drin war, du Nase? Ja, ja. Ich hab's schon gehört. Da kommt einer angehechelt. Und los! Geh weg. Ja, natürlich. Das Erste, was du findest, war so in die Kacke. Ähm, ich glaube, ich hab grad ein ganz anderes Problem. Was? Jetzt sag bloß, du bist irgendwo festgebackt. Nein, aber ich hab dir gesagt, die Konsistenz ist fragwürdig. Der hat jetzt gerade ganz selbstständig angefangen, sich zu entleeren. Äh, okay. Das hab ich auch noch nicht gehört. Ich wollte schon grad sagen, warum wir... Köpfchen? Ach, das war klar. Gut, wir laufen weiter. Ich will zum Airport. Weißt du, Hauptsache... Aber, aber, aber... Hauptsache, er hat da seinen Spaß. Weißt du, leg den Kopf hier, wir müssen los. Was für eine Tageszeit ist bei euch grad? Nacht oder... Ne, im Frühjahrmorgen, glaub ich. Ja. Ja. Okay. So. Ah, da kommt er. Wie viel Fan-Punkte habt ihr? Wir haben hier auf dem Server jetzt gerade erst wieder angefangen. Das ist... Ich hab grad minus 15, weil ich gerade einmal gestorben bin. Was ist jetzt schon wieder? Ich hab drei, zwei. So. So. Dann schauen wir mal. Mein Bauglein ist aber richtig voll. Okay. Da sind zwei. Da sind auch zwei. Da läuft der zweite Mech. Scheiße. Ah, gut, da sind ein paar Gebüsche. Oha, hier ist voll. Mhm. Aber warum machst du richtig? Zwei, vier, sechs, acht. Scheiße. Und irgendeiner, glaub ich, ist auch noch hier im Wald, wobei das nicht immer so hundertprozentig stimmt, von wo man was hört. Ja, das ist es, ja. Okay, da vorne ist der erste Mech. Der macht eine große Runde. Aber in der Richtung sind halt auch keine Gebäude. Wir müssen eher in die andere Richtung. Wenn, dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie von hinten reinkommen. Da läuft grad der zweite Mech. Der patrouilliert da vorne also rum. Wir könnten es mit dem Sprint auf die andere Seite schaffen. Glaubst du nicht, dass es schlau wäre, wenn wir mal außerhalb vom Sand drum rum gehen? Das ist, warte mal, das dauert zwar ein bisschen länger, aber das müsste funktionieren, ja. Vielleicht ist es auf der anderen Seite auch weniger los. Ist auf dem großen freien Feld jetzt sonst noch irgendwo einen Mech zu sehen, ne? Ne, ich sehe nur den einen. Okay, das ist ja echt nicht schlecht. Drohne. Ja. Hoffentlich ist die Drohne jetzt nicht mit den Mechs verbunden, das weiß ich nämlich nicht. Ich glaube, das wird man relativ schnell rausfinden. Okay, der Mech rennt extrem weit weg, der da vorne. Da ist rechts jetzt auch einer. Die ziehen ziemlich große Runden. Laufen aber, ah scheiße, sie laufen beide in eine Richtung. Ja. Scheiße. Wenn der eine weg geht, kommt der andere. Okay. Genau, das ist blöd. Sonst hätte ich gerade gesagt, hier würde ich mich notfalls sprinten dran, aber da ist gerade so eine Schnittstelle, glaube ich. Wie lange dauert das denn? Er läuft noch, er dreht und kommt schon wieder zurück. So, ne Frage ist jetzt noch, wie weit kommt der jetzt noch nach vorne? Hm. Jetzt dreht er. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Jetzt gehen sie beide. Scheiße, da ist ein Zombie genau zwischen den beiden, verdammte Axt. Zombie links, Zombie rechts. Nichts. Aber das würde ich jetzt trotzdem. Aber das würde ich jetzt trotzdem. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob uns die sehen, wenn wir hier so rum... Sagen wir es mal so, wir werden es jetzt gleich erleben. Mhm. Ich... Der Zombie hat das so getriggert. Lauf! Lauf! Ja, ich leave die Area. Ist überhaupt kein Thema. Renn einfach. Ich bin schon beim Leaf. Mach die scheiß Tür auf! Mach die scheiß Tür auf! Mach die scheiß Tür wieder zu! Hohoho! Boah, Alter! Alles klar. Alter, das war knapp. Wie Target engaged. Ja, ja. Lass ihn schießen. Lass ihn schießen. Da passiert sowieso nichts jetzt. Hier passiert jetzt nichts. Das ist... Puh! Alter, das war knapp, ey. Das war knapp. Hier gibt es übrigens eine Schutzmiste, falls du sowas brauchst. Äh... Ne, nimm du erst. Wir finden bestimmt noch mehr. Ich habe eine. Okay. Ach, du hast eine? Ja. Okay, eine MP5. Und da finde ich jetzt bestimmt wieder keine Munition für. Ich kenn's doch schon. Den Spaß kennen wir doch schon. Ja, wenn ich 9mm Kugeln hätte, ich wäre so glücklich. Ich hab dir da welche gegeben. Nee. 9mm, klar. 10 Stück. Als wir in der Polizeistation waren. Ah ja, stimmt. Das war ja das Magazinsproblem. Sauber der Haken. Ja, aber ich denke, das werden wir hier auch noch finden. Das ist... Hast du soweit hier alles durch? Ja. Weil ich glaube, einer war, glaube ich, noch da, ja? Ich denke, ja. Warte mal kurz. Ich muss schnell schauen, wo ich... Ich würde das gerne mal ausprobieren, damit da auch keiner hätte, ob man die rauswerfen kann. Sag mir nur, wann ich offen machen soll. Wann immer du willst. Nö, geht nicht. Sauber. Okay, kommt grad ein Mech. Komm grad ein Mech. Weg bleiben. Am besten versteck dich mal eben. Ich weiß jetzt nicht, wo er jetzt komplett hergeht. Hier er kommt. Wenn er vorbei ist, können wir normalerweise hergehen. Und das Geile ist, wenn du normal, wenn du langsam gehst, hören die dich nicht. Du darfst nur nicht richtig laufen. Weil die Steps hören die. Oh, wie schön. Eine normale Tür. Zumal. Äh, okay. Funktioniert. Mit was? Äh, du musst einfach etwas länger gedrückt halten. Dann hast du, dann hast du diesen Wurfradius auch. Dann siehst du diese Stelle, wo der hinwerfen würde. Und dann musst du einfach nur wieder loslassen. Ach so. Gut, qualmt jetzt ein bisschen, aber ist okay. Und wenn ich sie dann doch nicht werfen will, dann habe ich ein Problem, oder? Dann kannst du, glaube ich, einfach, äh, ich weiß nicht, mit Mausrad abbrechen vielleicht? Nein. Nein. Okay. Es hätte funktionieren können. Äh. Ja, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Scheiße, ey. Oh, sehr schön. Noch ein Verband. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh, oh. Mahlzeit. Oh, oh. Mahlzeit. Oh, oh. Mahlzeit. Und noch ein Verband. Da kann ich mir ja noch ein paar Mal verkloppen lassen. Und noch ein Verband. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist so verdreckig. Ja, weil du auch überall die Mützen und das alles liegen lässt. Wenn du die zweimal zerteilst. dann hast du die Sauberte. Ja gut stimmt natürlich auch. Hier ist immer Wattenraum.